Liebe Hotelinsiderinnen, liebe Hotelinsider, herzlich willkommen hier aus London. Ja, ich bin eine ganze Woche hier und befasse mich in London mit verschiedenen Hotelkonzepten, Neueröffnungen. Ich frage mich, ja, was tut sich da in der Hotellerie von London so? Sie konnten schon zwei Teile lesen auf Hotelinside. Einer wurde am Wochenende jetzt aufgeschaltet, der zweite Teil gestern. Da geht es um verrückte, innovative, besonders innovative Hotelkonzepte. Der dritte Teil befasst sich dann mit den sogenannten Hotelikonen hier. Und da gibt es ja einige. London ist, um es vorwegzunehmen, eine der attraktivsten Märkte weltweit für Hospitality oder Hotellerie. Im Moment ist London, man kann es nicht anders sagen, die wichtigste Hotelstadt in Europa. Lange Zeit war, wenn es um Innovationen und Investoren ging, Amsterdam ganz an der Spitze. Aber seit letztem Jahr ist jetzt London auf Platz 1 der attraktivsten Städte. Einerseits für Hotelbetreiber, aber auch für Investoren. Allein in diesem Jahr sollen 86 neue Hotels eröffnet werden. Darunter natürlich ganz berühmte Fünf-Sterne-Häuser, aber auch Design-Hotels, Budget- oder Budget-Hotels, wie man so sagt, und so weiter. In London spielt die Musik, könnte man sagen, wenn es um Hospitality geht, vor allem um neuartige Konzepte. Ich stehe hier im Savoy Hotel. Das Savoy Hotel, muss ich Ihnen nicht lange vorstellen, ist eines der 10, 15 berühmtesten Hotels der Welt. Es wurde am 6. August 1889 eröffnet damals. Und wer war der erste Hotelmanager im Savoy? Sie können dreimal raten. Natürlich, es war der König der Hotelis oder der ganz, ganz grosse Hotelis aus der Schweiz, aus dem Goms. Sie wissen es, Sie wissen, wer ich meine. Ja, natürlich César Ritz. César Ritz hat hier dieses Hotel kurzfristig übernommen, als es damals in eine Krise geriet und hat aus dem Savoy wieder eine Goldgrube gemacht, wie man nachlesen kann. Er war ja schon damals ein sehr, sehr erfolgreicher Hotelier. Später hat er ja dann das Ritz eröffnet hier in London. Das Ritz, das es auch in Paris gibt. Sicher noch heute eines der berühmtesten Hotels. Also das Savoy, wie gesagt, wurde von César Ritz damals geführt und sein Kollege August Escoffier, Escoffier, der berühmte Küchenchef aus Frankreich, hat hier sogar ein Produkt entwickelt oder erfunden. Es ist die Beche Melba oder man sagt auch den Toast Melba hat er hier erfunden, eine Speise, die es heute noch gibt auf der Karte. Escoffier war also wieder einmal mehr sozusagen die linke oder die rechte Hand von César Ritz. Ich war vorhin noch ganz, ganz kurz im Ritz Hotel, das berühmte Ritz in London. Da wurden ja viele Filme gedreht, beispielsweise auch die Schlussszene von Notting Hill mit Julia Roberts wurde da abgedreht. Sie kennen diesen Film sicher, einer der, man kann sagen, einer der begehrtsten, erfolgreichsten Hollywoodfilme der letzten Jahrzehnte. Aber das Ritz ist ja sehr ein traditionelles Haus. Als ich vor über 20 Jahren mal dort war, hieß es, man müsste ein Westo tragen, sogar eine Krawatte musste man sich damals umbinden und es waren nur Lederschuhe gestattet. Also wer ins Ritz hinein wollte, musste er Lederschuhe tragen, ein Westo und eine Krawatte. Und wenn man das alles nicht hatte, konnte man sich umziehen. Und zwar an der Garderobe hatten die Westos in allen Größen und verschiedene Krawatten. Und dann musste man sich so einen Bändel umschnüren, ein Westo anziehen und eben Lederschuhe. Und man staune, vorhin, als ich da im Ritz vorbeiging, hieß es dann, als ich dort in die Smokers Lounge rein wollte, Entschuldigung, Sneakers, die ich jetzt gerade trage, sind hier nicht gestattet, nur Lederschuhe. Und wenn man sich dort in diesem Hotel umschaut, muss man schon sagen, ja, alte Schuhe. Ich kann Ihnen sagen, ich habe in den letzten Jahren viele, viele weltberühmte Luxushotels besucht, aber das ist mir noch nie passiert, dass jetzt gerade Sneakers, auch wenn sie noch so elegant sind, in einem Hotel verboten sind. Also Sneakers gehen nicht mehr dabei, tragen 80 bis 90 Prozent der Hotelgäste Sneakers. Das ist heute ein völlig etablierter Schuh. Nein, im Ritz in London heisst es Lederschuhe. Klassische Lederschuhe, am besten von Church, auf Mass gemacht, dann gehört man dort dazu. Und was die Kleider betrifft, ja, da ist man ein bisschen lockerer geworden, aber in der Windjacke kommen Sie da auch nicht rein, da müssen Sie dann eben ein Vesto tragen. Also alte Schule, wie vor 50 oder 100 Jahren, könnte man sagen. Ob das alles Sinn macht, ob das eine gute Geschichte ist, das möchte ich hier eigentlich gar nicht bewerten. Man kann natürlich sagen, wir setzen auf alte Schule, wir betreiben Grand Hotellerie noch möglichst wie vor 100 Jahren. Ob das alles zeitgemäß ist, ob die Gäste da mitspielen, das frage ich mich natürlich. Wer sind denn die Gäste im Ritz? Das sind über 50 Prozent Leute aus arabischen Ländern. Und wie kommen die da her? Eine andere Frage. Oder das sind amerikanische Internetfreaks. Wie kommen die da her? Wie kommt ein Mark Zuckerberg von Facebook daher in seinem Roll, wie sagt man, in seinem Kapuzen-Pullover, wenn der ins Ritz will und dort auch vielleicht 20, 30 Tausend Euro oder Pfund für eine Svide bezahlen würde? Er hat keine Chance. Nein, der gute Mann müsste seine Schuhe wechseln, bevor er dort in dieses Hotel reingeht. Also, das ist so eine kurze Anekdote zum Thema Ritz in London. Ich werde Sie weiterhin informieren über all das, was da in London passiert, auf dem Investorenmarkt, aber auch auf Seite der Betreiber. Es ist eine hochspannende Geschichte. Lesen Sie diesen Report, der insgesamt vier oder fünf Teile umfassen wird. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich will da nicht mehr zu lange werden. Ich wünsche Ihnen alles Gute hier aus London. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich aus Italien oder aus der Schweiz. Alles Gute. Auf Wiederhören.